Ich bin schon fertig mit der Schule, aber ich hatte eigentlich meistens nur so eins und zwei. Und weil du viel lernst oder weil es dir wegfällt? Weil es Berlin war. Ich bin Berlin zur Schule gegangen. Das ist ein bisschen anders als hier. DJ. Musik? Wer macht Musik? Ja, es kommt drauf an. Wir sind bei uns. Ja, wir sind einzeln. Ja. Immer unterschiedlich. Ja. Bei Marc ist immer alles gemixt. Ja. Ja, bei Lina so gemixt. Alles. Ich würde sagen Veprimusik bei Lina meistens. Nee, manchmal. Manchmal. Boah. Schwierig. Ja, ich glaube auch. TikTok. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin kleiner TikToks auf dir. Ich weiß gar nicht. Alles. Ich weiß gar nicht. Das kommt drauf. Ja. Ja, Lina. Doch, doch. Mach deine Shakira. Darf immer hin beim Dusche. Ja. Eigentlich alle. Ach du. Ja, alle. Ich habe bei der WM mein Training geschnallt. In Japan. Ja, wir kriegen keinen Ärger. Wir wurden ausgelacht. Ich habe meine Ordnung in einem Chaos, mir liegt alles herum, aber ich weiß genau, wo was liegt. Aber es ist sehr komisch. Die Unordnung ist übersichtlich. Ja, genau. Ein geordnetes Chaos. Wieso? Wie alt bist du? Ein Jahr. Wie alt bist du? 21. Boah, schwer. Ich? Nee, Anja nicht. Ich? Oh ja, Dascha. Also wenn wir irgendwo hinfahren, dann immer Dascha. Also lustig hinfallen kann Anja. Ja, also bei einer ist die Gruppe, die immer was bekommt so. Die steht irgendwas. Reifen, Ball, Band, Nase. Ja. Hallo. 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 Wieso braucht ihr da so? In der Woche drei Stück. In der Woche drei Stück. In der Woche drei Stück. Der Rapper. Okay. Das ist... Ja, also wir drehen ja ganz, ganz viel. Aber sind die dann so durch durch? Ja, halt so. Haben die dann schon Loch? Ja. Aber macht sie auch mit Tape auch? Nee, kaum. Die Tape halt nicht. Mit schwarz ja nicht. Dann einfach neue. Ja. Also wenn schwarzes Loch schon ist, ja. Ach so, wir machen Lochloch? Ja. Lochloch. Und dann noch Tapes machen? Same. Nee, dann kann es nicht Blanché so gut stehen. Also dann ist halt so... Ja, okay. Ja. 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 Also wenn man einfach so durchgeht? Nein, nein. Beim Wettkampf. Nein, nein. Beim Wettkampf. Ganz schmink. Durchgehen? Ja, ich dachte ja noch nicht. Beim Wettkampf? Beim Wettkampf? Beim Wettkampf oder so rausgehen? Schminken. Nee, ich glaub... Schminken. Auch so? Auch so schminken und so rausgehen und so. Ja. Braucht ihr da nicht so voll lange? Ja. Echt? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Stunde. Eineinhalb. Krass. Wie meins? Drei. Ach so, nee. Stimmt, ihr habt ja mehr. Oh, ihr habt beides. Ja. Aber Marcus und Prüge. Ja. Ja. Ja, Marcus und Prüge. Nee, nee, nicht. Wir alle. Wir alle. Boah, alle. Ich glaub mal die beiden. Ja, aber ich glaub Marga. Die Koffer ist immer voll. Ja, weil Marga erst drei Kissen nimmt. Ja. Ein paar Spielzeuge mit. Ja. Ja, aber jetzt. Dann hast du noch Steine mit. Stopp. Steine mit. Wie hab ich das gesehen? Steine? So, Kristalle oder so. Ah, ja. Okay. Das sind so kleine Steine. Aber es sind halt einige. Melanie. Nee. Äh. Und sonst? Schön. Sonst Alina, glaub ich. Oder? Entweder Alina oder Marc. Oder vielleicht Marc. Ja. Du warst einmal? Wir waren alle zusammen. Ich war zweimal. Ich war nur zwei Mal. Ich war nur zwei Mal. Ja, ich glaub... Vier? Vier Mal. Aber Anja auch vier Mal. Ja, Alina und eine. Ich glaub alle. Ja. Wir fahren zusammen. Ja, Mauritius. Ich flieg nach Kenia. Oh. Ist das zweite? Ist auch in Afrika. Ja. Irgendwo. Okay, die drei. Ja. Ja. Krass. Vielen lieben Dank. Danke. Danke.